Wir sind sehr ähnlich, aber in dieser Heimat bin ich nicht willkommen. Naja, deswegen bist du jetzt bei uns und schleppst unsere Tränke. Und du kannst Magie bannen schon? Kannst du schon Magie bannen? Nein. Jetzt kannst du Magie bannen. So, wir können das wegpacken. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Ja, mein Schatz. Wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ihr braucht nur zu fragen. So, was haben die Hauptgoblins hier? Oh, da ist noch einer. Wo kommst du denn woher? Geld. Geld und ein Edelsteinchen. Zwei Schutzformeln. Kann ich die identifizieren so von selber? Nö. Ist mal wieder Neras Aufgabe. Das ist, glaube ich, ein Magiewiderstandstrank. Trank der Stärke. Kommt zu Gagaine. Schutzformeln gegen Säure. Das ist immer praktisch. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für, wenn das euer Wunsch ist. Noch eine Hoppenkoppel in Höhle. Ja, ich muss sagen, hier ist es auch sehr weitläufig. Mal sehen, was passiert, wenn ich hier rumgehe. Oh, Waffenkammer. Aber jetzt diesmal wirklich eine Waffenkammer. Mit einer Lederrüstung. Langschilde. Oh, noch ein normaler Schild. So gut. Ja, wie ihr wünscht. Wenn das euer Wunsch ist. Okay, kann ich zu weit weg. Nö. Das ist ein kleiner Schild plus eins. Und ein Lederwarmes plus eins. Sie trägt ja schon ein Schild plus eins. Wie kann ich helfen, wie ihr wünscht? Gott hat die jetzt Nähe aus dem Weg geschoben. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Mit Vergnügen. Hey, Natascha. Ciao, Natascha. Ja? Wie ihr wünscht. Könntet ihr aufhören, Nera da so reinzuschieben? Gut, danke. Worum geht es diesmal? So, geht zu Nera. Äh, Natascha. So, was haben wir hier drin? Nochmal ein paar schöne Zauber bei Natascha. Und ne Robe. So, die Robe ist ne Robe des Reisenden. Also nichts Besonderes. Zauber für Nera. Wäre das hier Zeitstopp, aber das ist nur für langsam. Okay, hat nicht geklappt. Hat geklappt. Spiegelbild wäre vor allen Dingen nice. Und natürlich klappt genau das nicht. Das ist nämlich ein Zauber des zweiten Grades. Und ja, Personenfesthalten ist mir sowas von egal, ehrlich gesagt. So, zweiter Grad. Dann kommt nämlich... ...der Glitzerstaub weg. Und dafür kommt das Spiegelbild hin. Wie kann ich helfen? Ja, mein Schatz. So, hier ist nix abgeschlossen. Gucken wir mal, was hier so drin ist. Nichts und... ...holt. Wie ihr wünscht. Für... ...aber natürlich, Schätzchen. So, da kommen wir wieder zu den Hop-Goblins. Können sie vielleicht von hinten überraschen. Warum denn ich... Hier wollen wir einen Zwerg YOLO schreiend reinschicken. Lasst sie uns ordentlich verrischt. Ja? Lillelore! Was schau! Verjogt keinen. Wie ihr wünscht. So, Hop-Goblins. Haben Freundschaft. ...dobbei. Wieder Zauber. Die Nära in ihre... ...Truhe packen kann. Klunkerchen. Da draus sollten wir dann auch demnächst mal Zeug verkaufen. Wenn das euer Wunsch ist. Machen wir mal hier alles auf. Was abgeschlossen ist. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Hand und den Daumen kümmern. Dann gucken wir mal, was drin ist. Oh, ein Speer. Edelsteinchen. Eine olle Helebarde. Das ist einfach nur ein Speer plus eins. Also nichts besonderes. Das heißt, den oberen Bereich haben wir schon mal. Es gibt noch den Bereich hier und den Bereich hier. Ja, aber natürlich, Schätzchen. Oga, Magus. Ihr seid also gekommen, um mein Werk zu bestaunen. Ziemlich beeindruckend, nicht wahr? Der Kerl zu meiner Linken hat ziemlich lange geschrieben, bevor er endgültig weg war. Haha. Äh, hervorragende Arbeit, muss ich schon sagen. Wir müssen jetzt gehen. Es wurde angeordnet, die Gefangenen freizulassen. Wille leistet ihr jetzt Folge? Wiedergattiges Monster. Wenn ging das zu den armen Sklaven, die gefoltert haben, können wir uns wehren. Hervorragende Arbeit. Natürlich, obwohl ich etwas enttäuscht bin, dass ihr nicht genug Zeit für meine Kunstwerke habt. Oh, oh, oh. Ja? Ja. 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 Okay, zwei von ihnen sind noch verwirrt. Was nicht gut ist, wenn die einfach in der Gegend rumlaufen. Nein. Oh. Äh. Achso, die sind gefirrt. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie kann ich helfen? Äh. 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 Das wollte ich nicht. Äh. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ich habe jetzt alles, oder? Ja, ich habe alles, gut. Ja, mein Schatz. Worum geht es diesmal? Ja. Ich bin jetzt gegen den Oga-Margus. Ich bin jetzt für den Oga-Margus. Ich bin jetzt für den Oga-Margus. Ich bin jetzt für den Oga-Margus. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Seid ihr da rein, bitte? naja vorrang der arbeit ein katana plus 1 nichts besonderes ist das ein schädeltes tode eine schädelfalle schädelfallen sind auch immer vorbei die bringe ich mal ihm bei was natürlich nicht geklappt hat einmal mit profis so dankeschön wie kann ich werde mich im hand umdrehen darum kümmern helft mir bitte helft mir bitte wenn ihr mich wohl das verspreche ich artig zu sein gibt es einen grund vor allem wir sind halt hier ich hoffe ihr habt eine gute erklärung dafür warum mich stört wir sind geschäftlich hier wir wollen euch eisen abkaufen wir brauchen eigentlich keinen grund wir sind hier um euch zu töten wir wollen uns hier als sollte noch verdienen wir sind mit einem sonderauftrag aus bei das tor hier nur gut ihr könnt weitergehen so hier gibt es noch ein seid ihr hier um unserem schreckensherren zu schuldigen ja das sind wir sprecht den namen unseres schreckensherren laut im gebet ähhhhh jetzt haben wir im moment keine lust beim schwarzen hand von bain beim messer von bahl bei der schwarzen sorge von zirik mit dem pech von beschabber beim messer von bahl er ist tot idiot jetzt stirb auch du dann war es doch eher zirik ich werde mich im hand umdrehen darum kümmert danke wenigstens für die tränke mhm heiltrank steinriesenstärke so ja ihr braucht nur zu fragen na dann gehen wir noch hier lang stets wir machen k 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 So, hier gibt es ein unterirdisches Wasserbecken. Oder? Nee, das ist einfach nur ein Loch. Ihr seid Eindringlinge hinweg mit euch. So, noch ein paar tote Goblins. Gut. Ja, wie ihr wünscht. Helf mir, bitte. Noch mehr Ops. Wirdet ihr es bitte hier reinschaffen? Das wird kein Schneller. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja? 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 Ja?